Hallo, ich bin Leonie von der Bäckerei Schragen. Und ich bin Justus von Food Forecast. Also ich finde es gut, wenn man im Supermarkt auch mal die Artikel kauft, die vielleicht nicht ganz makellos aussehen. Und dann auch mal zu der krummen Zucchini greift. Ja guck mal, es passt doch super. Ich backe auch immer gern Bananenbrot. Dafür brauche ich sowieso die bisschen dunkleren Bananen, weil damit schmeckt es auch einfach besser.